so das ist jetzt weiß ich jetzt nicht welches genau das sieht gut aus das sieht gut aus so jetzt ist wieder alles im weg grün muss ich haben grün muss der gelbe da weg damit ich die blauen weg machen kann ja richtig bescheiden die gelben weg machen damit der rote da kommt wenn der rote weg ist ist der orange frei was bringt mir das und dann hier gelb runter zu kriegen das versuche ich hier mal jetzt ist die frage ob ich den blauen weg kriege ja dann ist der grüne weg nummer eins gelb ist weg ich da was blaues runter krieg da da dann ist der blaue da ich will mich aber jetzt nicht vertan so orange orange also das kann weg das ist bei mir nicht so das blaue weg damit der orange runter kommt müsste ich den der orange mit der frei wird damit hier die lücke weg ist so das rote bis nach unten kommt wäre das auch nicht schlecht ich muss jetzt hier den blauen behalten dafür muss hier orange schön das doofe ist dass der grüne dampf wie ich es und dann nehme ich die orangen wenn ich jetzt das weg nehme das weg nehme wenn ich das jetzt weg nehme ist der orange damit drauf und der kriegt hier eine verbindung so die pfote weg orange und blau ist frei so das und die beiden pfoten sind frei kann ich da jetzt mal irgendwie ein bisschen gewinn rausschlagen ähm ich kann ja da einen wegnehmen kriege ich hier vielleicht da den kann ich mitnehmen dann fällt der mit runter zwei züge habe ich über dann nehme ich den und nehme ich den bleibt einzug über wir hätten die kiste und dann holen wir uns hier noch eine kiste runter und das war's abschließend beenden so und das nächste geht